Was geht ab, Leute? Hier ist wieder der Allerbesser von deinem Puddel mit Gedudel. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leck mich doch am Zykerli. Ja, Leute, ihr könnt vielleicht schon am Titel sehen, ich habe heute vor, die GTA 5 5 Sterne Challenge zu machen. Bei der Challenge geht es einfach darum, ich versuche gleich 5 Verhandlungssterne in GTA 5 zu erreichen. Und dann versuche ich, diese so lange wie möglich zu halten. Und ja, Leute, in nächster Zeit werden mehr GTA 5 Videos auf meinem Kanal erscheinen. Also, falls ihr Bock drauf habt, dann lasst dem Video hier schon mal einen Daumen hoch da. Und schreibt mir auch weitere Challenges unten in die Kommentare rein. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ja, es werden auch weitere 5 Sterne Challenges sein. Zum Beispiel werde ich versuchen, nur mit Pistole 5 Sterne zu erreichen und diese zu halten. Oder mit MG oder, oder, oder. Halt mit den verschiedensten Waffen, Leute. Okay, naja, genug des Vorwortes, Leute. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach einmal hier. Hier, die Leute, die warten mir zu entspannt darauf, dass eine Toilette frei wird. Also hier einfach mal Streit anfangen mit den Leuten. Komm her, bam, bam. Und einmal getreten und weg ist er. Oh, ein süßer kleiner Schnuffi. Guten Tag, kleiner Frotz. Hey. Ich wollte natürlich nur den Brunnen treten. Oh nein, die Polizei ist da. Guten Tag, liebe Polizei. Entschuldige, oh nein. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, lieber Wauwau. Es tut mir richtig leid. Oh, verdammt. Oh, ihm geht's gut. Ihm geht's gut. Es war, glaube ich, nur eine kleine Wunde, die er erhalten hat. Aber verdammt. Da ist direkt am Anfang schon so ein Mistbau. Das hätte ich nicht gedacht, Leute. Aber schnell hier weg. Verdammt, verdammt. Werde ich jetzt hier schon bei drei Sternen versagen, Leute? Oh Gott, oh Gott. Geht weg, geht bitte weg, geht bitte weg. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts gemacht. Ich habe weder euch noch euren Kollegen irgendwas gemacht. Lobe. Leute, nein. Ich habe schon direkt mit drei Sterne versagt, Leute. Aber egal, aber egal. Ich werde es noch ein paar Mal probieren, Leute. Und wenn es nach ein paar Mal nicht geklappt hat, habe ich noch einen Plan B in der Tasche. Gut. Als erstes besorgen wir uns einmal ein Fahrzeug. Oder? Ich verschanze mich einfach mal hier in diesem Parkhaus. Dieser Plan sollte doch sicher sein, Leute. So, rein da. Ja, gut. Ich versuche mal von diesem Parkhaus aus ein bisschen Stress mit der Polizei anzufangen. So, erstmal hier auf der Straße. So, dass die Polizei auch Fokus auf mich hat, Leute. Hallo, Herr Lkw. Entschuldigung, Herr Lkw. Sie waren nur Mittel zum Zweck. Leute, ich habe noch keinen Fahndungsstern. Was soll das? Jetzt aber, oder? Nein. Ah, doch. Doch. Einen habe ich schon mal. Einfach mal ein paar Granaten in die Richtung geschossen. Hm. Die Polizei lässt ja sehr lange auf sich warten. Aber ich habe immerhin zwei Fahndungssterne. Entschuldigung. Ich darf nicht zu weit von diesem Parkhaus abhauen. Ja, gehen sie weg. Und die nächsten bitte? Ja, wo ist denn noch Kundschaft? Wir haben jetzt wieder drei Sterne erreicht, meine Freunde. Was schon mal sehr gut ist. So, wo bleibt ihr denn? Hallo, liebe Polizei. Wo bleiben sie denn? Toll. Wisst ihr, dann wenn man sie nicht braucht, dann kommen sie. Aber jetzt, wo man sie mal braucht, dann kommen sie nicht. Ist doch mal wieder typisch. Komm, geh down, Heli. Heli, geh down. Ich muss auch ein bisschen auf die Map achten. Nicht, dass jetzt sich irgendjemand anschleicht hier. So wie der Polizeia-Wagen hier. Jetzt kommt noch ein Wagen hier von rechts. Den habe ich direkt gesehen, Leute. Direkt. Jetzt kommt wieder einer links. Ich habe vier Sterne. Sehr gut. So. Wo sind noch Polizisten? Da kommt noch ein Heli. Ich werde mal die Gun hier auspacken. Keine Sorge, Leute. Die anderen Challenges werden anspruchsvoller. Obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst mit allen Waffen hier teilweise Probleme habe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die hitten mich sehr hart. Lauf, 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 lauf. Los, Franklin. Lauf. Lauf. Renn, als ob dein Leben davon abhängen würde. Was im Endeffekt auch tut, aber das ist ja vollkommen egal. So, wo sind sie? Kommt, traut euch doch. Na toll, das war nix. Wo sind sie? Oh, oh, das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Ah, lauf, 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 lauf. Oha. Oha. Kommt, Polizei. Ah, das war auch sehr dumm. Verdammt. Nein, Leute. Einfach mal ein paar Granaten da raus. Wieso werfe ich immer da oben gegen? Ah, meine Energie ist fast down. Aber ich habe es geschafft, fünf Sterne zu erreichen, Leute. Gehen sie weg. Ja, gehen sie weg. Ah, die ganze Zeit im Parkhaus zocken ist natürlich auch langweilig, aber ich habe keine Möglichkeit, hier heil rauszukommen, Leute. Geht weg. Ja, gehen sie weg. Nope. Verdammt. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich werde gleich versuchen, ein Auto zu erreichen und dann rauszufahren, aber es hätte nicht sein sollen. Aber gut, Leute, jetzt werden wir natürlich versuchen, außerhalb eines Gebäudes fünf Sterne zu erreichen. Jetzt habe ich das ultimative Vehikel gefunden, um Ärger mit der Polizei hier anzufangen. Ich habe schon drei Sterne auf dem Weg hierher gesammelt. Sorry, dass ich hier einen kleinen Cut gemacht habe, aber ich bin rumgefahren und habe überlegt, was ich machen könnte. Geh weg. Ja, gehen sie weg. Ha, niemand legt sich mit dem großen Pudel mit Geduld an. So, wer will noch Streit haben? Du, du willst Streit haben. Dann komm her, Amerika. Ho, ho, ho. Oh, Mann, Leute. Und oh, wir fahren durch einen kleinen Tunnel. Polizei, bitte folgen sie mir, bitte folgen sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte folgen sie mir. Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Kommt, Leute, in der Zeit rennen wir etwas zur Lok hin. Hallo, Polizei, ich bin hier. Ja, gehen sie weg, Helikopter. Äh, nein, so war das nicht gemeint. Komm zurück, komm zurück. Oh, Mann. Vier Sterne. Also das ist doof, wenn der Zug hier hinten lang fährt. Hier kommen ja kaum Polizisten hin. Hm, ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ja, ist natürlich eine sehr gute Idee, hier oben zu campen. Dö, 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 dö. Ah, ich geh lieber wieder runter. Leute, was passiert denn da mit dem Franklin da? Was ist denn mit Karsten los? Das sieht gar nicht gut aus. So, runter jetzt mit dir. Oh, nice, der Heli ist da. Heli, komm. Warum folgt der mir nicht durch den Tunnel? Doofer Heli. Feuer! Bam. He, he, he. Ah, ich mag doch lieber Feuerwerk, Leute. Bam. Bam. Oh, mein Gott. Ah, komm schnell da raus. Die vier Sterne sind fast weg. So, und jetzt muss ich irgendwie wieder auf mich aufmerksam machen. Hallo, hier bin ich. Hier, hallo. Heli, hier bin ich. Hallo, hallo. Guck doch mal. Schau doch mal hierher. Heli. Helikopter. Hm, irgendwie wollte er nicht. Egal, schieß ich mal auf ein paar Autos. Macht das definitiv nicht zu Hause nach, Leute. Das könnte dezent ungesund für euch sein. Und auch für andere natürlich. Ah, da ist ein Heli. Der schießt ja auf mich. Können wir das nicht ganz einfach in Ruhe ausdiskutieren, lieber Helikopter? Nein, scheinbar nicht. Da kommt der Nächste. Ja, grüß die. Oh, wieso willst du denn jetzt abhauen? Heli, komm. Lass uns spielen. Ah. Hm. Der möchte scheinbar nicht. Guten Tag, der Herr. Oder die Dame. Tö, 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 tö. Ah, kommt, Leute. Das ist zu langweilig. Lasst uns lieber hier ein bisschen Action machen. Auch wenn ich jetzt gleich direkt sterben werde. Ein kleines Motorrad. Hm. Ich brauche ein Fahrzeug. Guten Tag. Wer möchte freiwillig sein Fahrzeug mir überlassen? Du. Ah. Das ist aber sehr nett, dass du mir freiwillig ohne Zwang dein Fahrzeug überlassen möchtest. Ja, komm. Schneller. Schneller. Nein. Setz dich doch rein. Los, 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 los. Weg jetzt. Weg jetzt. Hau ab. Gehen sie weg. Hier, gehen sie weg. Hä, hä. Der ist gegen den LKW gefahren. Ha, ha. Nein, wir haben einen Platten. Verdammt, Leute. Ah. Ich muss doch irgendwie die fünf Sterne erreichen. Irgendwie. Erstmal Licht ausgeschossen. Sehr gut. Ja, gehen sie weg. Ja, genau. Rammt die Polizei weg. Sehr gut. Ja, gehen sie weg. Lassen sie mich in Ruhe, bitte. Dankeschön. Oh. Oh, was mache ich denn? Was fahre ich mir denn da für einen Schrott zusammen? Nein, Leute. So. Feuer frei. Einfach mal ein bisschen Feuer machen. Feuer ist gut. Feuer ist schön. Feuer spendet wärmer, außer wenn mein Auto brennt. Das ist not the yellow from Zeg. Komm, steh jetzt auf. Nein, die schießen mir in meinen Hintern. Ah, verdammt. Verdammt, Leute. Leute. Leider bei vier Sternen gescheitert, Leute. Schande über mein Haupt. Schande. Wee. So, Leute. Ich habe mir jetzt ein passendes Vehikel für die bevorstehende Verfolgungsjagd besorgt. Und jetzt werde ich etwas tun. Ja? Was ihr gleich nicht sehen dürft. Es ist eine Geheimwaffe. Wie es instant klappt, dass ich fünf Sterne erhalten werde. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ich bin wieder da. Ich habe gerade eben etwas sehr Schlimmes gemacht. Weswegen ich instant fünf Sterne erhalten habe. Ja? Ich habe unter der Beobachtung der Polizei ein Kaugummi-Papier auf den Boden geworfen. Was die Polizei jetzt natürlich sehr erbost hat. Ja? Also, das war einfach definitiv viel zu krass, was ich getan habe. Und ihr könnt mich jetzt hier bei meiner wunderbaren Verfolgungsjagd beobachten, Leute. Und ja, let's go. Und ich bin auf jeden Fall immer noch sehr gespannt, welche GTA 5 Challenge Vorschläge von euch so in den Kommentaren eintreffen werden. Weil, ja. Ich möchte ja natürlich auch auf eure Wünsche und Anregungen eingehen, Leute. Und lol, habe ich beinahe die fünf Sterne hier ab? Oh, das ist das oder was? Wow. Guten Tag. Nein, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. Wie blöd kann man eigentlich sein? Oh, Mann. Kommt. Einmal. Einmal noch Kaugummi-Papier auf den Boden fallen lassen. Und dann war es das mit dem Video heute. Mal schauen, ob die nächste Verfolgungsjagd wird etwas länger gehen, Leute. Lol. Verfolgen die jetzt echt den Dude in dem Golf-Car. Leute. Also, der Dude hat die fünf Sterne Challenge genauso verkackt wie ich. Egal. Leute, wir suchen wieder ein passendes Vehikel und werden dann wieder etwas Kaugummi-Papier auf die Straße werfen. Bis gleich, Leute. Okay, let's go. Oh, mein Gott, Leute. Die Polizei ist hinter mir her. Nur weil ich ein Päckchen Kaugummi... Nur weil ich eine Kaugummi-Verpackung auf den Boden geschmissen habe. Oh, mein Gott, Leute. Leute, helft mir. Helft mir. Ah. Oh, Mann. Ich sollte aufhören, so sehr zu übertreiben, Leute. Na, 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 na. Ihr bekommt mich nicht. Ihr seid zu langsam. Na, na, na. Oh, mein Gott. Der Heli schießt immer noch auf mich, Leute. Oh, nein. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Wow, 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 wow. Leute, Leute. Oh, mein Gott. Ah, da war ein Pfosten. Ein richtiger Vollpfostenstand da in der Wüste. Oh, mein Gott. Sind die Witze heute wieder gut. Kapper. Jetzt einmal schnell hier runter. Oh, nein. Nicht dagegen fahren. Los, nicht dagegen fahren. Guten Tag. Guten Tag. Oder besser. Guten Abend hier. An dieser Stelle. Das heißt, einfach mal versuchen, hier durchzukommen. Easy peasy. Sehr gut. Ganz easy, Leute. Ganz easy. Nein. Wieso? Wieso habe ich jetzt einen Platten? Ah, verdammt. Warum können die so gut schießen? Ah, komm. Durch hier. Einfach hier mal ein bisschen Offroad durchrasen und lol. Das war aber überhaupt nicht nett. Steh auf, steh auf, steh auf. Irgendeine Waffe. Ja, genau. Dylan Taser. Alles okay. Alles okay. Nope. Nein. Verdammt, Leute. Verdammt. Oh, Mann. Ich schaffe es einfach nicht lange, das auszuhalten. Verdammt, Leute. Aber naja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses wunderbare Video hier gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Wenn ihr das Video hier feiert, dann würdet ihr mich tierisch freuen, wenn ihr den Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Abo wäre sowieso nice. Vielleicht schreibt ihr auch nett einen Kommentar. Und wie ich schon mehrfach angesprochen habe, Leute, schreibt mir weitere Challenge-Vorschläge unten in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Anregungen. Und jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Außer... Alles klar. Auch da rein, auch da letzte Deu-Kurse. Ich bin Rausch. Ich war der Beste von deinem Bullen mit Geduld. Bis zum nächsten Video.